Mit einfachen Worten ins Abenteuer der Sprache. Ich lerne Deutsch. Mit einfachen Worten. Entscheidung. Entscheidung Nummer 4 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Manchmal braucht es Mut und Selbstvertrauen, um eine kluge Entscheidung zu treffen. Manchmal braucht es Mut und Selbstvertrauen, um eine kluge Entscheidung zu treffen. Welche Sprache willst du lernen? Willst du dich heute entscheiden? Welche Sprache willst du lernen? Willst du dich heute entscheiden? Welche Sprache willst du lernen? Willst du dich heute entscheiden? Die Entscheidung, eine neue Sprache zu lernen, eröffnet mir eine Welt voller Möglichkeiten. Meine tägliche Entscheidung für den Fortschritt erleichtert mir den Weg zur Meisterschaft. Meine tägliche Entscheidung für den Fortschritt erleichtert mir den Weg zur Meisterschaft. Meine tägliche Entscheidung für den Fortschritt erleichtert mir den Weg zur Meisterschaft. Wann hast du das letzte Mal eine schwierige Entscheidung getroffen? Wann hast du das letzte Mal eine schwierige Entscheidung getroffen? Wann hast du das letzte Mal eine schwierige Entscheidung getroffen? Ich habe mich entschieden, geduldig zu sein. Das ist ein unschätzbarer Wert beim Erlernen einer Sprache. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.